In diesem Video sehen Sie das nachträgliche Ändern der Drehrichtung bei Oximo RTS mit dem Funksender TELIS 1 RTS. Hinweis, beim Oximo Serie C kann die Drehrichtung auch nachträglich ohne Reset geändert werden. Fahren Sie dazu den Rollladen ungefähr in die Mitte. Sollte der Antrieb nach 7 Sekunden gleichzeitigen Drückens der Auf- und Abtaste nicht winken, handelt es sich um einen älteren Oximo. Dann muss der Antrieb in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. Rollladen ungefähr in die Mitte fahren und mit der My-Taste stoppen. Um den Antrieb in Lernbereitschaft zu bringen, die Auf- und Abtaste gleichzeitig so lange gedrückt halten, bis der Rollladen winkt. Nach dem Winken die My-Taste sofort so lange drücken, bis der Rollladen erneut winkt. Dann die Drehrichtung, zum Beispiel durch Drücken der Abtaste, prüfen.